Musik Hey Leute, ich bin's, ich bin's, Julian schon wieder. Ja, hi. Kennt ihr mich nicht? Julian Vogel von der Familie Vogel. Und heute, da möchte ich mal wieder ein neues Video machen. Natürlich Minecraft, weil ich liebe Minecraft. Das ist mein Lieblingsspiel momentan. Das soll ein Freizeitpark sein. Hat mir Hannah gesagt. Heißt wohl Funland 3. Und der sieht richtig cool aus. Schaut euch das mal an, Leute. Boah, ein richtiger, ein richtiger. Schaut euch die Achterbahn mal hier an. Das sieht alles richtig cool aus. Oh Mann, oh Mann. Wenn's das nur bei uns hier in Playmobil City geben würde. Naja, und den schauen wir uns heute ein bisschen an. Natürlich können wir heute nicht alles anschauen, aber wir werden ein bisschen was anschauen. So, und hier steht wohl was. Was haben wir denn hier? Okay, können wir alles mitnehmen? Okay, wir müssen hier draufdrücken. Oh, mir wird auch gesagt, dass es hier ein Feuerwerk gibt. Wo ist denn das Feuerwerk? Also mir wird gesagt, es gibt wohl ein Feuerwerk hier. Okay, also hier, das ist der Eingangsbereich. Oh, wartet, wartet, wartet. Ich weiß, glaube ich. Also, diese Map, die habe ich beim Kahn gesehen. Der so aussieht wie ein Monster, aber sagt das bitte keinem. Also wenn wir hier draufdrücken. Ah ja, da, 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 seht ihr? Es gibt auch ein Feuerwerk. Das ist ja richtig cool. Der sieht aus wie das Monster, dieser Kahn. Aber bitte nicht sagen, sonst merkt der vielleicht, dass ich das gesagt habe und meckert und sagt das Mama. Aber der sieht irgendwie so aus. So, und das ist hier der Freizeitpark. Wow, das sieht richtig cool aus. Aber ich möchte direkt auf eine Achterbahn. Hm, welche Achterbahn nehmen wir denn? Ich weiß es gar nicht. Sollen wir hier zuerst auf diese Achterbahn? Aber wo kommen wir denn rein? Was ist das denn hier? Okay, wenn wir jetzt hier reingehen. Hä? Das passt aber nicht. Aber wir müssen, glaube ich, hier draufdrücken. Wow! Wie schnell! Wow, wir sind richtig hoch, Leute. Guckt mal. Wir sind richtig hoch. Wow, da habe ich aber ein bisschen Angst. Wow! Es geht noch höher. Oh Mann, oh Mann. Jetzt kriege ich aber langsam Angst hier. Wow, wie hoch wir sind. Guckt mal. Und hier geht es wieder runter? Wow! Wir fliegen runter, Leute. Das ist ja eine coole Achterbahn. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja klasse. Oh, und ich will in diesen Tower hier. Die sieht ja richtig cool aus. Wow! Also ich finde Funland richtig cool. So, ich will jetzt in diesen Tower. Da fliegen wir jetzt auch hin, Leute. Ich möchte in diesen Tower da. Wie hoch der ist! Wie kommen wir denn da rein? Ich weiß, ich bin sehr ungeduldig, aber ist halt so. Gerne können wir das auch nochmal machen. Okay, hier kommen wir also hoch. Ah, wir haben uns teleportiert. Oh, wie hoch! Oh Mann, oh Mann. So hoch war ich noch nie irgendwo. Oh, und wie kommen wir runter? Also hier kommt man so hoch. Boing! Das ist ja richtig cool. Also ich finde das hier richtig cool. Mhm. Oh nein, hier geht es wieder hoch. Ich möchte nicht hoch. Ich möchte jetzt runter. Ich möchte hier raus. Komm ich raus? Ja, hier. So, hier komme ich zum Ausgang. Oh Mann, oh Mann. Das ist richtig cool. Also ich finde das hier richtig toll. Ich glaube, ich bleibe den ganzen Tag hier. Ja. Und hier gibt es auch einen Wasserpark. Einen Wasserpark haben wir auch schon gesehen, ne? Den hat Kahn selber gemacht. Mann, ich will diese Achterbahn hier. Immer wo gelb ist, das ist der Eingang. Snow? Was? Das sieht hier nach... Ah, okay. Wo geht es denn rein? Hallo? Was ist das denn? Sind wir hier falsch? Oh Mann, ich will aber jetzt da hin. Wie kommen wir denn da hin? Da fliegen wir jetzt. Ist mir egal. Ah, hier. Okay. Kommen wir hier rein? Nö! Och Mann! Ich will nicht Hanna rufen. Dann will die bestimmt wieder so ein Pferdespiel spielen. Darauf habe ich keine Lust. Möchte ich nicht. Und Emma, die möchte immer so Babyspiele spielen. Darauf habe ich auch keine Lust. Ich möchte jetzt hier diese Achterbahn noch machen. Oh Mann, das ist auch falsch. Ist das hier vielleicht richtig? Oh Mann! Vielleicht geht es ja hier lang. Okay. Es geht los! Es geht los! Es geht los, Leute! Nein! Ich liebe diese Achterbahn! Ha! Das macht so viel Spaß, Leute! Das macht ja irrsinnig viel Spaß hier in Funland! Was heißt das eigentlich? Wow! Nochmal Feuerwerk! Ich finde das richtig cool. Oh oh! Warum ist es da so dunkel? Warum ist es da so dunkel? Wir sind hier unter dem Wasser. Wow 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 wow! Ist aber ziemlich hoch. Wie hoch das hier geht. Aber hier sind wir unter dem Wasser. Das finde ich ganz cool gemacht. Und hier sind wir unter dem Wasser. richtig cool leute wenn ich jetzt richtig schreiben könnte dann würde ich das doch kommentieren aber kann ich ja nicht ich war lieber achterbahn das ohne emma und hanna du 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 wenn die das nur wüssten aber vielleicht können wir das ja mit emma zusammen vielleicht kann ich ja beim nächsten mal mit emma zusammen hier nach funland kommen wie lange das hier dauert das ist ja richtig cool aber ich hatte gesehen dass auch so eine gruselige achterbahn gibt also so eine geisterbahn vielleicht finden wir die ja auch noch und hier hat aber richtig lange gedauert hier die achterbahn war ziemlich cool so wo sollen wir denn sonst noch hin also ich finde es hier richtig richtig cool das ist ja alles gibt man oh man ich gehe mir einfach mal hierhin also das war wo ich weiß gar nicht wo wir jetzt sind und hier kann man auch ganz toll die spiele spielen das noch nach der bahn ich liebe das hier das ist richtig cool aber die ist ein bisschen klein die achterbahn hier sind hier unten hinten wo man mehr unten wir sind wieder unten aber das keine geisterbahn glaube ich das ist eine ganz normale kleine kinder glaube ich aber ich mag er diese ganze und wieder runter also ich finde das hier ziemlich gut von land klasse so dann gehen wir mal wieder raus gibt es dann noch hier irgendwas gibt es noch eine achterbahn ich glaube die ist auch richtig hoch leute oh man oh man oh das geht hier richtig steil hoch wie hoch fast so hoch wie das da oh man oh man oh we fliegen zum glück also bei der kann ich sagen zum glück gibt es so eine achterbahn nicht in echt also wenn mein wagen da rausfliegen würde ich glaube ich würde ich würde schreien wie ein kleines mädchen ja also so wie immer okay leute das war's wollt ihr noch mal diesen freizeitpark sehen wir haben ja noch gar noch nicht alles gesehen ne vielleicht mit emma zusammen okay das müsst ihr wissen schreibt es gerne rein hannah kann das ja vorlesen für uns dann okay ich glaube ich muss jetzt ich muss jetzt baden oh nee schon wieder dabei habe ich doch gerade vor zwei wochen erst gebadet oh man mama ruft leute ciao